Das Thema dieses Films ist die Energieversorgung der Muskeln. Unsere Muskeln leisten Erstaunliches. Wir können lange Strecken laufen oder koordinativ anspruchsvolle Bewegungen ausführen. Dafür brauchen unsere Muskeln Energie. Für die Bereitstellung der Energie in der Muskulatur ist das Adenosintrifosphat, kurz ATP, essentiell. Ohne ATP kann der Muskel nämlich nicht kontrahieren. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von 3 bis 10 Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne.